Jetzt in Position und da öffnen sich die Boxen zum fünften Rennen, den Großpreis der Besitzervereinigung, 2000 Meter die Distanz. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer übernimmt das Kommando, gibt es überhaupt eine schnelle Pace. Saibs Joy geht nach vorne, der Reiter schaut schon einmal, wo kommen denn da die anderen an der Hinterseite. Wonderful Moon mit in vorderster Linie und der nimmt das Heft jetzt in die Hand, da es auf den ersten Bogen zugeht. Wonderful Moon also vorneweg mit Saibs Joy in zweiter Position, Enjoy the Moon ist dahinter, dann drittes Pferd vor Itobo mit Dato. Außen daneben, dahinter dann Walsingham mit Sharoka und am Ende des Feldes galoppiert Weggie Star. So geht es in die Gegenseite hinein, Wonderful Moon mit einer Dreiviertellänge an der Spitze, das Tempo ist nicht allzu flott. Saibs Joy in zweiter Position, dahinter dann Dato mit Enjoy the Moon vor Itobo, dahinter dann Walsingham und dahinter sieht man dann Sharoka mit am Ende des Feldes Weggie Star. Die Pferde haben Mittelpunkt der Gegenseite angelangt, es sind jetzt noch etwa 1000 Meter. Wonderful Moon hat unverändert, das Heft in der Hand ist vorne vor Saibs Joy in zweiter Position. An der Innenseite Enjoy the Moon außen Dato, gefolgt von Itobo, dahinter dann Walsingham vor Sharoka und Weggie Star. Das Feld schließt aber dichter zusammen und erreicht in diesem Moment den Schlussbogen. Wonderful Moon weiter mit dem Kommando vor Saibs Joy, dahinter an der Innenseite Enjoy the Moon außen Dato, dann folgt Itobo mit Walsingham, Weggie Star kommt vom letzten Platz weg und den hat jetzt Sharoka inne. Es geht in Richtung des Einlaufs, Wonderful Moon, Wonderful Moon weiter mit dem Kommando Dato, taucht jetzt an der Seite von Wonderful Moon auf dahinter, Saibs Joy an der Innenseite wird dahinter, dann Enjoy the Moon aufgemuntert bzw. angefasst und so geht es jetzt um den letzten Knick und in den Einlauf hinein. Wonderful Moon an der Außenseite, in der äußersten Spur ist vorne Wonderful Moon, Wonderful Moon hat unverändert das Kommando. Wonderful Moon, Wonderful Moon geht auf und da vorne Wonderful Moon, Wonderful Moon ist weiter vorne. Wonderful Moon dahinter, da versucht es dann auch noch Dato, aber Wonderful Moon, Wonderful Moon ist deutlich voraus. Wonderful Moon verabschiedet sich, Wonderful Moon gewinnt im Handgalopp, dahinter dann Dato auf dem zweiten Platz vor Enjoy the Moon, dahinter Itobo und dann sieht man Saibs Joy vor Weggie Star und Walsingham und Sharoka. Das ist doch auch mit mir, dass es dann auch noch Dato, die sich nicht so gut verlaufen gibt. Das ist doch auch mit mir. Das ist doch auch mit mir. Bis zum nächsten Mal.